Wir haben eine neue Wohnung bezogen, eine größere Wohnung, eine viel größere Wohnung. Wir kommen von 50 Quadratmeter auf 92 mit Kind und das ist echt hart, wenn alle Konzerte wegbrechen. Ich sollte dieses Jahr wieder hier spielen. Ich sehe hier leider keine Zukunft, dass diese Tür je wieder aufgeht und finanziell heißt das nicht gut. Die Anträge sind sehr, sehr schnell und unbürokratisch im Internet möglich. Wir haben natürlich mit Serverüberrennungen zu tun, das ist im Augenblick völlig klar, aber wir haben versucht diese Hilfe auch so zu gestalten, dass es jetzt nicht Wochen oder gar Monate dauert, bis solche Anträge bearbeitet werden. ...Unternehmen, Einzelkünstler, genau, das wäre ja das. Genau, das hatten wir vorhin schon, das ist wieder, ach ne, das ist ... Ja. 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 Ja.